So, Babe, ich würde einmal Ausnahmen machen. Einsatz für Oliver Schlenter und Stefan Reyers von der Kriminalpolizei Ahrensburg. Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch. Hübsches Bauernhaus. Der Tatort liegt im Kreis Stormann, einer der reichsten Landkreise in Deutschland. Beliebt auch bei Einbrechern. Oh, der Hund ist da. So, klopf, klopf, schönen guten Tag, Herr Frenzel. Reyers von der Kriminalpolizei. Ja, ich bin Sie rein. Ja, dann kommen wir mal hier vorne erst mal hin. Was ist denn bei Ihnen passiert? Ach, Eberhard, du warst da zuerst zur Stelle. Ja, passiert ist, ich bin etwa um halb fünf hier aus dem Haus. Morgens? Nein, nachmittags, also um 16.30 Uhr. Ja. Und hab zum Tischtennis. Und in der Zeit hat mein Sohn sie fast überrascht, die Einbrecher. Er hat sie noch gehört und mitgekriegt, wie sie geflüchtet sind. Ja, aber den Zweiten hat er nicht zu Gesicht bekommen? Auch den Ersten nicht. Okay, also beschreiben kann er nicht. Ich kann nur sagen, dass es eine ganz tiefe, sonore Stimme war. Er konnte auch nicht, hat auch nicht definiert im Wasser gerufen. Okay, ja. Alle drei Minuten wird irgendwo in Deutschland eingebrochen. Ein Verbrechen, das sich scheinbar lohnt. Denn die wenigsten Täter werden gefasst. Oliver Schlenter und seine Kollegen sind Spezialisten für Spurensicherung. Ihr Ziel? Die Aufklärungsquote erhöhen. In diesem Fall fehlt Schmuck und Bargeld. Doch der Schock ist oft größer als der materielle Schaden. Ich hab die Nacht natürlich nicht geschlafen. Ich hab hier unten im Wohnbereich geschlafen. Konnte nicht schlafen. Oh Gott, nee. Nicht so gut. Was soll ich sagen? Alleine, dass die Leute im Haus waren, ist schon unangenehm. Eine Streife hat den Fall aufgenommen. Um die Spuren kümmern sich jetzt Dreiers und Schlenter. Wir haben eine Hebelspur hier, direkt in Höhe des Türschlosses. Einmal gehebelt. Die Tür hat da relativ wenig Gegenwehr geleistet. Das ist eine ältere Holztür. Keinerlei Sicherheitsbeschläge in dem Sinne. Sehr alt, hat wenig Gegenwehr geleistet. Der Hund war zur Tatzeit im Haus. Jedenfalls hat er einen völlig verklebten Kopf. Und hier lag so eine vermatschte Apfelsine. Offenbar haben die Täter den Hund mit dem Obst beworfen. Wenn ein Täter in ein Objekt einsteigen will, dann findet er Mittel und Wege und schreckt auch nicht zurück. Das ist auch bei Hunden so. Wenn die Hunde tatsächlich auch in Richtung Täter gehen würden, dann sind die Täter, die darauf vorbereitet sind, mit Pfefferspray oder ähnlich ausgerüstet und bearbeiten die Hunde dann entsprechend damit. Oder eben mit dem Elektroschocker. Denn wir haben vielfach dann solche Einsätze auch erlebt, wo die Hunde dann verstört sind, wenn die Geschädigten nach Hause kommen und die Hunde ein atypisches Verhalten zeigen. Tschüss. Alles Gute, tschüss. Man kann das immer sehr gut nachvollziehen und verstehen, warum die Leute sich jetzt so fühlen. Und ja, man denkt auch privat dann schon über die eine oder andere Sache dann nochmal nach, also Sachen, die einen dann wirklich bewegt hat. Oder auch wenn es Geschädigte waren, die super, super nett waren, super tolle Leute, die man dann auch teilweise kennenlernt, die man sonst nicht kennengelernt hätte. Das ist schon schön. Aber letztendlich geht es wirklich darum, dass wenn ich einen Dienstschluss habe, dann versuche ich natürlich, die Sachen auch hinter mir zu lassen. Der nächste Einsatz. Ein Mann hat die Beamten alarmiert, als er nach Hause kam und seinen Augen nicht traute. Da sind sie, durchs Dachfahren. Bewegungsmelde abgeschlagen? Ja, ich weiß aber nicht, wo der ist. Ich wollte da auch nicht weiter hingehen. Der fehlt quasi jetzt noch. Ja, von dem Nachbarn. Da haben die sich wahrscheinlich die Leiter genommen, sind dann da hoch und haben die Dachziegel sorgfältig dahin, die Isolierung da hinten rausgenommen, die Rehgipsplatten von der Seite eingetreten und sind dann übers Kinderzimmer ins Haus rein. Ja. Hier haben die Täter Spuren hinterlassen. Schnelle und gründliche Spurensicherung ist bei Einbrüchen besonders wichtig, denn Hausbewohner zerstören Spuren oft aus Versehen. Diese sind aber oft der einzige Weg zum Täter, weil es meist keine Zeugen gibt. Also die erste Schicht Gips habe ich jetzt in die erste Spur einfließen lassen. Die ist noch sehr flüssig, damit es schön in diese Struktur hineinlaufen kann. Und jetzt werde ich diese Spur, diesen Teilabdruck, werde ich mir jetzt vornehmen und dort auch noch mal diese sehr flüssige Gipsmasse hineinfüllen, dass sie sich schön verteilen kann. Und dann werde ich noch mal Gips zugeben, die Masse etwas dicker gestalten. Es kommt ein Stabilisierungsgitter in die Spur und dann bekommt die Gipsspur ihre Stabilität und Festigkeit. Es ist das zweite Mal in dieser Woche, dass Einbrecher in dieser Gegend durchs Dach eingestiegen sind. Die Täter haben die Ziegel abgedeckt, die Dachlatten durchgesägt und die Dämmwolle im Garten fein säuberlich gestapelt. Was für eine Arbeit. Macht auch keinen Sinn. Einerseits nicht auffällig sein wollen und dann die auffälligste Arbeit machen, die es gibt. Auch für die erfahrenen Beamten ein außergewöhnliches Vorgehen. Schließlich kommen die meisten Täter ins Haus, indem sie Fenster oder Türen aufhebeln. Oliver Schlenter interessiert vor allem das Einstiegsloch im Dach. Aufgrund dieses ungewöhnlichen Modus operandi, wo sich der Täter so viel Mühe gegeben hat, diesen Aufwand betrieben hat, ein Loch ins Dach zu schneiden. Es ist eine sehr kleine Öffnung entstanden, durch die der Täter sich ihn durchgezwängt haben muss. Da wird dabei wahrscheinlich nicht, dass sie so eine Schutzausrüstung getragen hat, wie ich sie jetzt trage. Dabei kann es dazu gekommen sein, dass körperzerhaltiges Material vom Täter sich hier an diesem recht rauen Obermaterial des Heuls abgesetzt hat. Das versuche ich jetzt mit einem mit sterilem Wasser angefeuchteten Watteträger abzureiben, damit wir an das DNA-Profil des Täters gelangen. Alles klar, ich bedanke mich. Alles Gute. Oft sind einzelne Täter für eine Vielzahl von Einbrüchen verantwortlich. Selbst wenn einer mal auf frischer Tat erwischt wird, müssen die Ermittler erst einmal beweisen, was alles auf sein Konto geht. Spuren sind meistens die einzige Chance. Wir wollen auch Erfolge natürlich haben. Wir wollen eine richtig schöne, schlüssige Beweiskette. Wir wollen vernünftige Sachbeweise, die nachher derart aufgenommen und gesichert wurden, dass auch vor Gericht keine Zweifel mehr bestehen. Und der Richter auch in der Lage ist, durch unsere Arbeit ein vernünftiges Urteil zu fällen. Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, weil viele Puzzleteile zusammengetragen werden müssen, bis letztendlich ein Täter ermittelt wird und vor dem Richter steht. Der nächste Morgen. Die Wache der Kriminalpolizei in Ahrensburg. Die beiden gehören zu einer neu gegründeten Ermittlungsgruppe, die sich ausschließlich um Einbrüche kümmert. Jeden Morgen checken sie die Lage. Auch in benachbarten Landkreisen. 2016 gab es in ihrem Revier mehr als 1300 Einbrüche. Dacheinstiege gehörten bislang nicht dazu. Und jetzt gleich zwei Fälle innerhalb weniger Tage. Das war das letzte Objekt, was sie vom Garten gartenseitig hinten angegangen sind. Und das Einzige, was ich hier gefunden habe, ist hier ein Schuhabdruck. Das sind die Abriebspuren von den Schuhen, ohne dass da ein Muster erkennbar war. Also, so, und dann ging der Alarm wohl los. Und dann ging der durch das Loch raus. Und auf dem Tisch war nichts? Nichts. Auch da unter, wo du eigentlich runterspringen musst. Nichts. 37 x 37 Zentimeter. Es ist ja auch immer schön, wenn es ein bisschen staubig ist. Gruß an alle Hausfrauen. Wir bedanken uns dafür, wenn es ein bisschen staubiger ist. Das macht unsere Spurensicherung ein bisschen leichter. Macht immer ganz besonders viel Spaß, um das Schlafzimmerbett zu gucken. Da kann man sehen, wie rein der Haushalt ist. Was für eine Schuhabdruckspur erwartest du denn unter dem Bett? Kamerad, ich muss immer von links nach rechts gucken. Oder von rechts nach links. Das ist ein geiler Team. Wie sein Kollege Stefan Reyers hat auch Oliver Schlenter viele Jahre Streifendienst auf dem Buckel. Die Arbeit bei der Kripo ist für die beiden eine neue Herausforderung. In der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch Diebstahl arbeiten 14 Beamte. Neben der Spurensicherung gehören auch Zivilfahnder zum Team. Sie wollen nicht erkannt werden. Martin kann noch mal was zu den Tatzeiten und den Arbeitsweisen sagen. Bei den Taten, sechs von sieben Taten wurde gehebelt. Bei einer Tat in Tremsbüttel haben die Täter die Wohnzimmertür eingeschlagen. Also andere Arbeitsweise. Und es ist ja auch überall, also jedes Dorf sozusagen getroffen. Und wir haben nicht so diese Konzentration auf eine Straße oder ein Wohngebiet, sondern es ist querbeet verteilt. Im Moment ja, querbeet. Die Gruppe wurde 2014 gegründet, weil die Einbruchszahlen hoch und die Aufklärungsquote, wie in ganz Deutschland, miserabel war. Einen ersten Erfolg können die Ermittler verbuchen. Im vergangenen Jahr gab es in ihrem Revier 600 Einbrüche weniger als im Vorjahr. Das Einsatzgebiet der Ermittler liegt in Ahrensburg und Umgebung. Hamburger Speckgürtel. Nirgendwo in Schleswig-Holstein schlagen Täter so oft zu wie rund um Hamburg. Hier wird im Schnitt dreimal täglich eingebrochen. Für Täter ist es leicht zu flüchten, über die Autobahn oder sogar mit der U-Bahn. Mehr als die Hälfte aller Einbrüche passiert zwischen 10 und 18 Uhr. Auch hier haben die Täter tagsüber zugeschlagen. Das Grundstück ist komplett zugewachsen. Im Garten konnten die Täter völlig ungestört arbeiten. Aber sie haben Spuren hinterlassen. Man ist wahrscheinlich direkt über die unverschlossene Gartenpforte hier auf das Rückführte-Grundstück gelangt. Dann hat man diesen Tisch hier, der hier stand, als Steighilfe benutzt. Ist dort hochgeklettert, hat dort 13 Mal gehebelt mit einer Wirkflächenbreite von ca. 10 Millimeter. Und ist dann durch dieses geöffnete Fenster eingestiegen. Stefan Reiers kümmert sich um die Spurensuche im Haus. Also in den Vorflur. Ich stelle nur mal meinen Koffer rein. Die meisten Täter tragen inzwischen Handschuhe. Fingerabdrücke finden die Polizisten immer seltener. Es ist folgendermaßen, dass wir draußen die Täterspuren feststellen, die am Objekt hinterlassen werden von den Tätern. Und wir gehen dann auf die entsprechende Suche, auch im Haus diese Täterspuren nachzuweisen, um einen Tatnachweis zu führen, dass der Täter sich hinterher nicht rausreden kann. Ich bin ja nur mal ums Haus geschlichen und wollte nur mal gucken, ob jemand zu Hause ist und nach Arbeit fragen. Schuhspuren können die Beamten mit einer Gelfolie sichern. Im Landeskriminalamt gibt es eine Datenbank mit Schuhprofilen. Hier sehen wir den vollständigen Abdruck des Täterschuhs. Und wenn ein Täter festgenommen wird, vergleichen wir natürlich sofort die Schuhe mit den Schuhabdrücken, die wir haben. An anderen Tatorten festgestellt haben. Beliebtestes Tatwerkzeug, ein großer Schraubenzieher. Mit einer Abformmasse sichert Oliver Schlenter die Hebelspuren am Fensterrahmen. Finden sie später bei einem Täter ein Werkzeug, können sie es den Tatorten zuordnen. Der Kriminaltechniker hat die Möglichkeit, unter dem Elektronenmikroskop Vergleiche zu ziehen. Das Werkzeug würde dann in dem Fall beim RKA in einem ähnlichen Winkel gehalten werden. Das würden dann Spuren zum Beispiel bei einer Bleiplatte gezogen werden, um auch dort diese Feinstrukturen abzubilden auf dem Blei. Und diese beiden Spuren dann einmal die verursachte auf dem Blei, die jetzt vom Tatort. Die könnten dann in der Untersuchung ergeben, dass es sich bei diesem Werkzeug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit um das gehandelt hat. Eine Tat dauert oft nur wenige Minuten. Der Schrecken bleibt Jahre. So, Sie sind ja Geschädigte dieses Wohnungsanbruchsdiebstahls geworden. Wie geht es Ihnen denn jetzt so nach der Tat damit gehen? Ich glaube tatsächlich, dass es in mir aufgewühlter ist, als es so den Anschein hat, auch gegenüber anderen Leuten, mit denen ich spreche. Ich sage dann immer, okay, ich habe schon wieder aufgeräumt, mich erinnert nichts mehr dran, ich komme gut damit klar. Faktisch ist es aber so, dass ich doch merke, dass ich einen gewissen Ekel empfinde, mich in meinem eigenen Haus zu umzuschauen. Also natürlich ganz besonders, was jetzt so Wäsche und diese Dinge angeht. Also ich habe wirklich das Bedürfnis, nicht nur alles nochmal zu waschen, sondern im Prinzip mir alles neu zu kaufen. Ich erlebe täglich eigentlich die gleichen Situationen von Geschädigten, die gleichen Schilderungen dahingehend, dass sie sich also in ihrem persönlichsten Umfeld nicht mehr wohlfühlen. Bis zu dem Punkt hin, dass die Frauen oder Männer sagen, hier möchte ich nicht mehr wohnen, ich möchte das Haus verkaufen. Wobei wir dann natürlich den Geschädigten auch sagen, es nützt nichts, das Haus zu verkaufen, an einen anderen Ort zu ziehen, denn auch dort wird es einen Brecher geben. Wenn Sie keine Fragen mehr haben? Nee, ich bin gut informiert und das hat mir auch ganz gut getan, glaube ich. Prima, das freut mich. Dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Wiedersehen nicht bei einem solchen Sachverhalten wieder treffen, sondern eher auf dem Wochenmarkt beim Kaffee trinken. Ja, das wäre schön. Nach einem Einbruch überlegt jeder Vierte umzuziehen. Jeder Zehnte tut es tatsächlich. Verunsicherte Bürger. Der Druck auf die Polizei ist groß. Doch es fehlt an Personal. Auch hier. Hinzu kommt, es ist schwer, Taten aufzuklären, denn in der Regel gibt es keine Beziehung zwischen Täter und Opfer. Es gibt Tätergruppen, die hier einreisen, von einer Stadt zur anderen ziehen und anschließend wieder nach Hause fahren, dann werden die ausgetauscht. Also da gibt es ganz konkrete Banden. Wirklich auch sehr, sehr, sehr umfangreiche Strukturen, wo ich quasi einige wenige Leute, teilweise vielleicht auch nur einen habe, der auch mehrere Gruppierungen leitet. Und denen dann quasi vorgibt, heute geht es dorthin, heute geht es dorthin. Achtet auf die Objekte, das und das möchte ich als Stehgut haben. Gerade jetzt im Bereich der Südamerikaner, wenn wir jetzt an die Chilenen denken, da gibt es sehr große, durchstrukturierte Gruppierungen. Die Ermittler versuchen Muster und besonders gefährdete Gebiete zu erkennen, markieren auch Einbruchsversuche und verdächtige Beobachtungen. Wir haben insgesamt drei neue Taten, interessanterweise auf derselben Straße. Parallel gab es gestern auch in dieser Straße noch einen Hinweis durch einen Zeugen. Anwohner haben ein Fahrzeug beobachtet, was in auffällig langsam fahrender Weise da entlang gefahren ist. Drei männliche Personen im Fahrzeug, ausländisches Kennzeichen, vermutlich bulgarisch. Es deutet sich so eine Schwerpunktbildung an, hier oben im Bereich der Stadt. Ich tippe mehr auf reisende Täter, als welche, die von den U-Bahnhöfen unten ins Stadtgebiet reinlaufen. Oliver Schlenter und Stefan Reiers entscheiden sich deshalb, in einem der besonders gefährdeten Gebiete heute Abend Streife zu fahren. Und tatsächlich, über Funk meldet die Leitstelle einen Einbruchsversuch. Da wurden zunächst verdächtige Personen geschildert und jetzt wurden auch Ebelspuren im Objekt festgestellt. Die Täter sollen wohl nach hinten Richtung Bökenhöhe weg sein, in dem Bereich mal verhanden. Wir haben aber keine Beschreibung, sollen zwei Männer sein. Südwind für Sturmhund 93,11. Südwind. Da Sturmhund 93,11 unterwegs, dann nach Amersbeek in den Fördenkampf, würden das Ganze dann aufnehmen, wenn da was zu sichern ist. Ansonsten die Frage, haben wir einen Diensthund im Bereich? Sollen ja mehrere Personen gewesen sein, die dann nach hinten geflüchtet sind. Der sagt, dass der Edis 882 aus Arsburg unterwegs ist. Sofort geht es mit sechs Streifenwagen in die Fahndung. Mittlerweile gibt es auch Erkenntnisse dahingehend, dass ein Fahrzeug wohl besetzt wurde von den Personen eventuell und dann jetzt flüchtig ist, ein Fahrzeug, ein Modell BMW. Kollegen verfolgen das Fluchtauto, Schlenter und Reyers müssen erstmal den Tatort aufnehmen. Wir müssen mal rumgucken, können wir noch hinten ins Haus reingucken oder so? Weil ja jetzt noch nicht gesichert ist, ob die Frau jetzt im Haus ist. Die Bewohnerin ist nicht zu Hause. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Täter beobachtet und die Polizei alarmiert. Keine Ahnung, was das war für ein Werkzeug. Warte mal, und? Theoretisch kann ja keiner drin gewesen sein. Und da können wir auch nichts großartig sichern. Klebemaßband ran, Foto, fertig. Sägespuren. Die Beamten vermuten, dass die Einbrecher die Alarmanlage des Hauses umgehen wollten. Ja, die Fenster haben in der Regel Erschüttungsalarm, aber die Dinger hier unten ja nicht. Inzwischen hat sich der Funk gemeldet. Das Auto wurde gestoppt, die Täter sind zu Fuß auf der Flucht. Ich habe mich jetzt kurz geschlossen mit der Einsatzleitstelle und mit den Kollegen, die jetzt bei dem zurückgelassenen Fahrzeug der Täter sind. Bis auf den Hundeführer, der jetzt quasi direkt mit dem Hund in die Personenfahndung reingeht, soll keiner weiter ins Fahrzeug ran, damit wir jetzt da hinfahren können. Und dann werden wir die Spuren sichern auf ein Fahrzeug machen. Ja, er ist hier vorne, wo wir gerade durchgefahren sind, da war ein Schlagbaum. Da ist er durchgefahren. Die Verfolgungsjagd endet nach knapp zehn Kilometern in einem Waldstück in Hamburg. Zahlreiche Beamte durchkämmen die nähere Umgebung nach den Flüchtigen. Definitiv ist der Fahrer raus und der Beifahrer. Vom Beifahrer haben wir eine Personenbeschreibung. Und hinten rechts die Tür stand auch noch auf. Das heißt, es müssen drei Leute gewesen sein. Okay. Ja, wir sind kurz drin. Also Micha war dran, um den Geruchsverhalt für den Hund zu nehmen. Ja? Wo war er? Am Lenkrad? Ja. Ja, und Fahrersitz. Okay. Wir waren auch kurz dran am Hebel für die Motorhaube, um die Motorhaube aufzumachen wegen der Felle. Ja, okay. Was für ein Scheiß. Jetzt habe ich ihn lassen. Es ist doch immer wieder... Hattest du mitgehört? Hinten rechts soll auch die Tür auf gewesen sein. Also da muss auch jemand gesessen haben. Hier kannst du nicht viel arbeiten im Motor. Da ist der Wagen, der leuchtet ein bisschen aus. Wir werden einmal vorne von der Straße ein Foto machen, dass man einmal sieht, da ist er durchgebrochen. Dann hier ans Fahrzeug rein, Außenaufnahmen. Und, ähm... Ja, dann einschleppen. Die Täter haben den geklauten Wagen mit laufendem Motor zurückgelassen. Und dann, ähm... Trotz Polizeihund. Die Einbrecher sind weg. Gerade wenn die Kollegen so dicht hinter den, äh, hinter den Leuten hinterher sind, also dicht auf der Pferde sind, dass, äh, die sich eigentlich in unmittelbarer Nähe verbergen. Zum Beispiel in den Wassergraben oder so. Das wurde jetzt aber alle schon abgesucht. Der Diensthund hat ja auch nochmal einen Bereich hier gesucht. Bislang von, äh, mutmaßlich drei Tätern, keine Spur. Ärgerlich, oder? Das ist ärgerlich, aber wir haben Fahrzeug, wir haben viele Spuren. Also, ich bin ganz zuversichtlich. Das kriegen wir hin. Auf der Flucht haben die Täter mit dem Wagen einen massiven Schlagbaum durchbrochen. Und das ist ja die, die kriminelle Energie, die auch ausschlaggebend ist nachher vor Gericht, äh, das Strafmaß zu bemessen. Denn die konnten durch die Scheibe nichts mehr sehen. In der Höhe ist der Balken aufgetroffen hier, sagt Turm. Überall auf dem Waldweg liegen Autoteile verstreut. Oliver Schlenter stellt jedes einzelne akribisch sicher. Weil letztendlich jedes kleine Teil, äh, nachhinein eine Wichtigkeit erlangen kann. Zum Beispiel, äh, irgendwelche Teile aus dem Fahrzeug, äh, äh, was nicht zum Beispiel das Kennzeichen, ist auch entwendet worden. Auch da, äh, gilt es mal zu schauen, was sind da vielleicht an Fingerabdrücken drauf. Weil letztendlich, äh, selbst wenn ich jetzt die Leute zum Fahrzeug habe, hab ich sie ja noch nach wie vor nicht am Tatort. Das heißt, ich muss die Brücke bauen zwischen dem Tatort in Ammersbeek, zu dem Fahrzeug jetzt hier, äh, der flüchtigen Täter in Hamburg. Und, äh, dann haben wir ja nochmal zwei Straftaten in Form eines Kennzeichendiebstahls und eines, äh, einer Vollentwendung dieses PKWs vorher. Die Beamten stellen den Wagen sicher. Morgen werden sie das Auto genauer untersuchen. Am nächsten Tag. Stefan Reyers hat sich aus einem der Streifenwagen die Videoaufzeichnung von der Verfolgungsfahrt besorgt. So, dann wollen wir mal gucken. Alter Falter. Hier fährt er. Guck mal. Kannst du sehen? Mhm. Da, da, da überholt er schon. Das ist ja unglaublich. Boah. Gefährdung des Gegenverkehrs. Ist ja irre, dass die da noch nicht verunfallt sind. Ja. Ey, andere Menschen sind denen echt scheißegal, ne? Ja. So, und jetzt wird's interessant. Da. Da. Zack. Boah. Boah, dass die Damen nicht gegen den Laternen fassen. Fuß- und Rachtweg. Die Frau hat echt Schweineben, ne? Ja. Wir können ja von Glück sprechen, dass es hier keine Toten gab. Insbesondere die Fußgängerin, die da noch zur Seite gesprungen ist, die, da war nur ein Blatt Papier im Platz noch zwischen Fahrzeug und der Person. Das ist ja lebensgefährlich. Und hier jetzt links, da geht's, glaube ich, in den Wald. Genau. Hier war der Schlagbaum. Da ist der Schlagbaum. Zack, da sind sie durch. Jetzt haben sie das erste Mal für ein Bruchteil von Sekunden aus den Augen verloren. Da gehen jetzt in die Türen auf und da hinten laufen noch zwei. Ja. Zack, und die Kollegen hinterher. Die Männer von der Spurensicherung sind gespannt auf den Wagen. Gibt es vielleicht Diebesgut im Kofferraum? Haben die Täter Hinweise auf ihre Identität zurückgelassen? Da wir auf der Suche nach mikrobiologischen Spuren, sprich DNA sind, wollen wir vermeiden, dass unsere DNA übertragen wird. Auf das Fahrzeug, um reine Spuren zu haben. Mit einer speziellen Klebefolie will Oliver Schlenter den genetischen Fingerabdruck auf den Sitzen sichern. Die Übertragung von Körperzellen ist immer davon abhängig, von zwei wichtigen Faktoren abhängig. Und das ist Dauer und Intensität. Das heißt, durch den Unfall kann es ja dadurch gekommen sein, dass der Kopf hier hinten aufgeschlagen ist. Dann wäre zum Beispiel eine hohe Intensität vorhanden. Und ansonsten, wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum zum Beispiel hier mit dem Kopf an der Kopfstütze verweile, auch dann kann es zur Übertragung von Körperzellen kommen. Das wird jetzt besonders interessant werden. Mal schauen, ob wir dort unser Tatwerkzeug von gestern finden. Das ist eine Ü-A-Jahr. Und hierbei der Hauptgewinn. Das ist auf jeden Fall eine Bestätigung dessen, was wir uns denn schon gedacht haben, dass das ein Fahrzeug ist, was ganz gezielt für Wohnungseinbruchtypstille benutzt wurde. Ganz klassisches Tatmittel und halt mit allem ausgestattet ist, was professionelle Täter auch brauchen. Das heißt, man hat sich hier allein mit der Leiter und diesen Möbelrollern schon auf schwere Objekte, wie zum Beispiel Tresore und so weiter, hat man sich schon ausgestattet. Also auf jeden Fall die, die wir haben wollen. So, dann hätten wir hier. Also das ist in der Tat schon etwas für die ganz großen Boxen. Tresore. Diese Säge hier. Olli, die passt nicht zum gestrigen Tatorten. Nee, aber das passt auch eventuell zum Dacheinstieg. Ja, 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 ja. Hast du noch einen Büdel? Äh, ja, klar. Schuhe. Oh, Schuhe. Der Individualabdruck dieser Sohle kann kriminaltechnisch untersucht werden und in Verbindung mit unseren gesicherten Spuren verglichen werden, um daraus Rückschlüsse darauf zu ziehen, wo die Täter noch gewirkt haben, deren Spuren wir gesichert haben. Das ist die professionelle Ausführung einer großen Bosch-Flex. Die Klebefolie werden die Beamten ins Labor schicken. Dort können Spezialisten Spuren von Kleidung und DNA sichtbar machen. Inzwischen haben sich Kollegen aus anderen Landkreisen gemeldet, in denen derselbe Wagen an Tatorten beobachtet wurde. Hier handelt es sich definitiv um reisende Täter. Das Fahrzeug bietet sich ja auch an größere Strecken zurückzulegen. Bei gleichem Modus operandi, sprich Arbeitsweise, lässt es eben darauf schließen, dass diese Täter sowohl im Hamburger Raum, Schleswig-Holstein, vielleicht auch Niedersachsen aktiv gewesen sind. Und die Ermittler freuen sich natürlich auch jetzt über diese Spurenvielfalt und wahrscheinlich neue Hinweise auf die Täterschaft zu bekommen. Oliver Schlenter und Stefan Reyers stellen an diesem Tag mehr als 150 Gegenstände aus dem Auto sicher. Ihre Hoffnung ist groß, dass sie viele Tatorte mit diesen Spuren in Verbindung bringen und die Täter identifizieren können. Durch ihre Arbeit konnten sie im vergangenen Jahr 105 Tatverdächtige ermitteln. Ich habe mal ein Feuerzeug gefunden. Upsada.